Das ist die Arie von Daniela aus der Oper von Samson et Dalila. Das ist die dritte Arie von Daniela. Sie heißt Honkos Bratwa, mein Herz öffnet sich für dich. In dieser Arie versucht Daniela, Samson zu führen. Sie muss sein Geheimnis wissen, das Geheimnis seiner Stärke. Seine Stärke ist in deinen Halen. Wenn sie abgeschnitten werden, dann hat er keine schichtige Stärke genommen. Sie muss sein Geheimnis wissen, das Geheimnis seiner Stärke. Sie muss sein Geheimnis sein. Sie muss sein Geheimnis wissen, das Geheimnis seiner Stärke. Sie muss sein Geheimnis wissen, das Geheimnis seiner Stärke. Sie muss sein Geheimnis wissen, das Geheimnis seiner Stärke. Sie muss sein Geheimnis wissen, das Geheimnis seiner Stärke. Sie muss sein Geheimnis wissen, das Geheimnis seiner Stärke. Sie muss sein Geheimnis wissen, das Geheimnis seiner Stärke. Sie muss sein Geheimnis wissen, das Geheimnis seiner Stärke. Sie muss sein Geheimnis wissen, das Geheimnis seiner Stärke. Sie muss sein Geheimnis wissen, das Geheimnis seiner Stärke. Sie muss sein Geheimnis wissen, das Geheimnis seiner Stärke. Sie muss sein Geheimnis wissen, das Geheimnis seiner Stärke. Sie muss sein Geheimnis wissen, das Geheimnis seiner Stärke. 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 Amen. Amen.